Bist du jemand, der gerne Bücher mag? Oder schaust du lieber Filme? Oder hast du früher immer Geschichten vorgelesen bekommen, vielleicht von deiner Mama oder von deiner Oma? Ich habe immer Geschichten vorgelesen bekommen. Ich habe es geliebt. Ich mag aber auch total gerne Filme. Und ich mag auch super gerne Bücher. Und ich war so jemand, ich habe es geliebt, mich mit Mythologie zu beschäftigen. Also mit sehr alten Überlieferungen, mit Geschichte, wie es früher war. Zum Beispiel in Ägypten. Ich fand es so spannend zu ergründen, was die Pharaonen damals in ihren Pyramiden, mit ihrer Sprache, mit ihren Zeichen, mit dem, was sie damals erlebt haben, dass sie das festgehalten haben. Und wir später das aber nicht mehr wirklich verstanden haben, weil das, wir haben es versucht zu verstehen. Auch es gibt so viele Ausgrabungen, Forschungen. Es gibt scheinbar irgendetwas auf der Welt, das die ganze Zeit überliefert wird. So von der einen Generation in die andere Generation und dann wieder weiter und wieder weiter. Und irgendwie erzählen wir einander immer wieder irgendwas, Geschichten, Sagen, Filme, Bücher. Das ist ein eigentlich die ganze Zeit Austausch miteinander über sämtliche unterschiedliche Medien. Und Religionen zum Beispiel haben ja auch ein festgelegtes Skript sozusagen. Jede Religion hat so etwas. Etwas, was für alle gilt, was allen dient in einer bestimmten Art und Weise, um eine Art Verständnis, eine Klarheit zu haben, um auch eine Dazugehörigkeit zu haben, um sich zu definieren. Und ich hatte für mich in meinem Leben so, ich war jetzt lange im Film, also beziehungsweise in dieser Filmbranche, war auch vorher in anderen Branchen, aber Filme haben mich ganz besonders intensiv lange Zeit beschäftigt. Und das ist etwas, da glaube ich, hat jeder von uns schon mal einen Film gesehen. Und aktuell ist es so, da laufen zum Beispiel Blockbuster im Kino, wie auch unter anderem Der König der Löwen, die Neuverfilmung. Und das ist etwas, das gab es schon mal, diese Geschichte. Und die wurde jetzt einfach nochmal gefilmt. Genauso wie viele andere Geschichten, die es schon mal gab, aber die nochmal aufgearbeitet wurden. So aufbereitet, in einer anderen Art und Weise, so verändert mit Kleinigkeiten. Aber an sich gab es irgendwo schon mal einen Ursprung. Und ich habe in einem Moment mal gemerkt, dass verschiedenste Filme, das war damals in der Schauspielschule, wo wir über Filme und Analyse gesprochen haben. Und für mich war es so wichtig zu verstehen, warum Filme sind, wie sie sind. Also ich wollte verstehen, der Held der Geschichte, wieso ist das so jemand? Ich habe alles, als ich Filme geguckt habe früher, analysiert. Kamerawinkel, Licht, Darsteller, Geschichte, alles was dazu gehört. Für mich war das echt nicht entspannt. Also ich habe nicht Filme geguckt und habe mich dabei total entspannt. Und habe mir so gedacht, naja gut, okay, Popcorn-Kino, ich setze mich jetzt hin und dann ziehe ich mir das rein und dann gehe ich wieder. Sondern für mich war es so eine Art, ich möchte jetzt hier irgendwas kapieren. Ich dachte, jedes Mal kann ich irgendwas kapieren, irgendeine neue Erkenntnis gewinnen. Und ich bin auch so jemand, ich mag eigentlich kein Popcorn-Kino. Also so die Fantastischen Vier, die ganzen Filme, die quasi auf der großen Leinwand laufen. Ich war immer so der Typ, ich mochte so die B-Movie-Kinos. So diese ganz kleinen Kinos, wo auch teilweise, ich habe in Köln gelebt und auch in Berlin und da gibt es Kinos, da steht so eine Couch und da gibt es da eine Leinwand, die ist so ein bisschen größer als so ein Flatscreen heutzutage und da laufen auch Filme. Und die mochte ich immer, weil die hatten irgendwie so eine Tiefe. Und diese Tiefe hat mich dazu bewegt, mich danach auch mit Menschen darüber auszutauschen, weil das in mir immer irgendetwas bewegt hat. Das war etwas, das mich wirklich angesprochen hat und beschäftigt hat danach. Ich habe das dann nicht einfach weggelegt, also einige bestimmt, aber mit vielen habe ich mich danach tiefer beschäftigt. Ich war auch oft jemand, der alleine ins Kino gegangen ist. Ich war nicht im Kino, um unterhalten zu werden, sondern um zu verstehen, um zu lernen. Für mich war jeder Film eine Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Und manchmal war auch so eine Einsamkeit da, weil ich habe zum Beispiel über einem Kino damals gewohnt und dann bin ich, also ich habe alle Filme gesehen, die dort liefen. Das war für mich immer so ein, okay, ich habe jetzt mal kurz ein paar Stunden, zwei Stunden Zeit oder so, ich gehe ins Kino und gucke mir irgendeinen Film an, weil ich ergründe und verstehe wieder was Neues. Und ich habe die alle durchgeguckt und teilweise konnte ich mich nicht wirklich auch mit Leuten drüber unterhalten, die es natürlich nicht gesehen haben. Und es gab so diesen Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, warum mich manche Filme richtig ansprechen und andere nicht. Und irgendwo habe ich auch einen Zusammenhang erkannt zwischen verschiedensten Geschichten. Manchmal so Momente, wo es wie so ein Aha-Moment war. Vielleicht kennst du das auch, wo du dachtest, okay, krass. Das muss dir jetzt gar nicht bezogen auf einen Film sein oder so, sondern in deinem Leben. Wo du gemerkt hast, jetzt habe ich was kapiert. Jetzt ist irgendwas neu. Jetzt ist gerade so ein, da ist was passiert und du hast noch keine Ahnung, was oder was das für eine Auswirkung hat. Aber du weißt, es ist jetzt gerade irgendwas komplett krass Neues passiert in deinem Leben. Und ich hatte diese Momente öfter. In dem Moment, wo mir so eine Erkenntnis gekommen ist darüber, dass da eine Struktur dahinter liegt. Eine Struktur, die unter den Filmen liegt. Das heißt, die Menschen, die diese Drehbücher schreiben. Und ich habe vorher ja auch schon beim Film gearbeitet. Das heißt, ich wusste, wie Filme aufgebaut sind. Ich habe nicht nur Schauspielerei studiert, sondern ich war vorher auch noch in einer großen Produktionsfirma. Das heißt, ich weiß von Beginn an, wie solche Dinge entstehen. Und dass es dort auch Drehbuchautoren gab. Und ich fand es super spannend zu wissen, wie solche Bücher aufgeschrieben werden. Ich habe auch schon selber Bücher geschrieben. Und all das hat eine Struktur. Und zwar von Vogler. Vogler hat damals bei 10 Century Fox, nein, wie heißt das? Wie? Und Vogler hat damals bei 21 Century Fox gearbeitet. Und der hat eben diese Struktur dort als Storytelling angebracht. Das bedeutet, es gibt eine Struktur, nach der die meisten Filme, und zwar vor allen Dingen Popcornkino, funktionieren. Und ich habe dann angefangen, das zu ergründen. Ich habe da jeden Film nochmal auseinandergenommen und habe das analysiert. Und das macht Sinn. Und das hat auch einen Grund, warum das Sinn macht. Denn es ist jedes Mal eine Heldenreise. Eine Reise eines Helden, der dich und mich als Zuschauer mit auf seine eigene Reise nimmt. Und du als Rezipient sitzt dort und guckst dem bei seiner Reise zu und lernst im besten Fall etwas. Und das habe ich zum Beispiel geliebt. Ich habe es geliebt, dort zu sitzen, dem zuzugucken und von ihm zu lernen. Von dem Helden oder der Heldin auf dieser Reise. Und Filme sind ja nichts anderes als Realität. Das heißt, dort wird eine Geschichte erzählt. Aber diese Geschichte hat in den meisten Fällen in irgendeiner Art und Weise hier in diesem Leben ja stattgefunden. Das heißt, das ist ja Leben. Und ich als Schauspielschülerin damals dachte mir so, Charaktere leben ja. Also Schauspielerei ist ja nichts anderes als Leben. Nur in Form einer Darstellung und Neuschöpfung. Das, was ich tagtäglich damals in der Schule gelernt habe, war Neuschöpfung von neuem Leben, obwohl ich schon lebe. Das heißt, ich habe doppelt gelebt in dem Moment. Einmal in meiner jetzigen Rolle. Das heißt, ich als Alisa Bücher, das ist der Name, der mir gegeben wurde. Plus das andere, die andere Rolle, diese anderen Persönlichkeit, die ich in dem Moment verkörpern darf. Und zwar auf einer anderen Bühne des Lebens. Das heißt, man hat in der Schauspielerei einfach Parallelwelten erschaffen. Und ich durfte aber in beiden Welten leben, weil sonst kann ich ja nicht hier sein. Das bedeutet mich ja auch hier real leben. Und genauso auch in dieser Parallelwelt, in der ich jetzt aber gerade bin. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich quasi nicht hier bin, in dieser Rolle, weil ich in dem Moment die Entscheidung getroffen habe, aber ich möchte jetzt diese Rolle spielen, dann kann ich das gar nicht sein. Wenn ich mit meinen Gedanken bei Alisa bin, die jetzt gerade vielleicht eine Einkaufsliste schreibt oder irgendwelche Probleme private hat, dann kann ich ja gar nicht in meiner Rolle sein. Und zu verstehen, dass entweder oder nur funktioniert und ich nicht in beidem gleichzeitig sein kann, das durfte ich auf harte Art und Weise lernen, weil das, was ich gemacht habe, das hat sich A für mich kacke angefühlt und B habe ich es mir selber nicht geglaubt. Und wenn ich es mir schon nicht glaube, wer soll es mir denn dann glauben, wenn mir jemand zuguckt bei dem, was ich da tue? Das heißt, es kann ja gar keiner was von mir lernen, wenn ich nicht in diesem Moment bin. Das heißt, eigentlich habe ich nur gelogen. Ich habe etwas vorgetäuscht. Ich habe eine Performance abgeliefert von etwas, was aber nicht real war. Und eigentlich war mir das auch bewusst, weil ich ja gemerkt habe, ich berühre mich ja selber nicht. Und dann zu verstehen, okay, wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe und ich habe halt die Verantwortung dafür, weil niemand sonst kommt jetzt in meinen Körper und sagt, ich mache jetzt entweder oder, sondern ich selbst bin hier und entscheide jetzt, entweder entscheide ich mich dafür, jetzt Alisa zu sein, die Einkaufsliste zu machen und sich mit ihrem Freund zu streiten, oder ich gehe jetzt in Luisa, ja, die jetzt gerade eine Bäckerei aufmacht, ja, und eine Weltreise. Denn die Bäckerei, die ist am anderen Ende der Welt und an diesem anderen Ende der Welt kennt sie niemand und spricht die Sprache nicht. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, diese Bäckerei am anderen Ende der Welt aufzumachen und eine neue Sprache zu lernen, beziehungsweise mich mit diesem neuen Umfeld zu verbinden und dorthin zu gehen, was ich ja als Alisa noch nie gemacht habe, aber Luisa hat das gemacht, dann gehe ich da rein und zwar voll und zwar 100 Prozent mit allem, was ich habe, weil ich habe ja nur das. Und ich möchte ihr aus purer Dankbarkeit, dass ich das jetzt gerade fühlen darf, all mein Sein schenken, damit ich diese Rolle erfüllen kann. Erfüllen in ihrer kleinsten Faser, um das wirklich zu leben, damit andere Menschen von Luisa an ihrem Punkt, an ihrem Scheitelpunkt des Lebens lernen können. Denn auch sie ist auf ihrer Reise, genauso wie ich. Aber ein Schauspieler ist nichts anderes als jemand, der sich aus seinem eigenen Moment rausholt und in einen neuen Moment reingeht. Für den Moment, wo er aber da reingeht, kann er da nicht drin sein. Und das ist etwas, was viele Menschen, viele Schauspieler nicht verstehen, aber vor allen Dingen nicht fühlen. Weil sie die ganze Zeit in einem Spagat sind. Und der Rezipient spürt das. Und ja, ist das nicht leicht? Es hört sich so leicht an. Es hört sich vielleicht so an wie so. Ich habe jetzt etwas kapiert und deswegen kann ich es jetzt anwenden. Aber so ist es nicht. Wenn wir Dinge verstehen, dann dürfen wir üben auf dieser Reise, auf der wir sind, um dahin zu kommen, was wir uns vorstellen zu wollen. Erstmal habe ich ein Bedürfnis. Und wenn ich mir dieses Bedürfnis erfüllen möchte, dann darf ich mir die Erlaubnis geben, loszugehen. Und auf diesem Weg, mir mein Bedürfnis zu erfüllen, werden mir Dinge begegnen, die kann ich vorher in den meisten Fällen nicht planen. Und das ist das Leben. Das heißt, wenn ich mich dorthin begebe, weiß ich schon, dass da eine Ungewissheit sein wird. Dass mich da Sachen erwarten, die ich vielleicht noch nie gesehen oder gefühlt oder gemeistert habe. Und im ersten Moment löst das mit höchster Wahrscheinlichkeit Stress und Angst aus. Denn Stress ist nichts anderes als Angst. Angst ist Unwissenheit. Wenn ich etwas nicht weiß oder glaube, etwas nicht zu wissen, gebe ich quasi die Kontrolle ab. Und das macht mir Angst, weil ich möchte gerne kontrollieren. Ich möchte gerne wissen, was ich da tue. Ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte Sicherheit. Ich möchte überleben. Weil ich denke, ich bin hier, um zu überleben. Und wenn wir uns umschauen in unserer heutigen Gesellschaft, dann sind viele Menschen und ich zähle mich zu 100 Prozent dazu, da, wo ich herkomme, da war ich genau in diesem Punkt. Sonst könnte ich all das, was ich dir heute gerade genau hier sagen darf, niemals sagen. Ich habe mir so sehr gewünscht, mich gut zu fühlen, dazuzugehören und Sicherheit zu haben. Und mit gut zu fühlen, meine ich vor allen Dingen auch geliebt zu werden. Und dafür war ich eigentlich bereit, alles zu tun, weil ich dachte, wenn ich das nicht tue, dann ist es vorbei. Dann muss ich sterben. Dann ist meine Existenz vorbei. Und ich weiß nicht, ob du das fühlen kannst, was ich gerade sage. Und ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Punkt standst, dass du realisiert hast, okay, irgendwie mache ich gerade Dinge, wo ich gar keinen Bock drauf habe, die zu machen. Und das ist der Beginn von genau dem, wo du jetzt gerade bist. Auf einer neuen Heldenreise. Denn das hier hatte ich gerade in der Hand, weil das zu mir gekommen ist, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich eine so krasse Erkenntnis über Zusammenhänge, weltliche Zusammenhänge, die unwiderruflich mit uns als Mensch, als Existenz, als Körper, als Seele zu tun haben, erhalten durfte, um sie dir jetzt weiterzugeben. Ich bin nichts anderes, als jemand, der mit dir darüber spricht und der dich inspirieren kann, auf seine eigene Art und Weise, so wie ich, diese Reise zu gehen und einfach zu gucken, was passiert. Denn dieser Mann, der dieses Buch geschrieben hat, der heißt Joseph Campbell und in diesem Buch geht es darum, das ist quasi wie eine Erklärung, eine Deutung von sämtlichen Mysterien, Mystiken, Religionen, Geschichten, die auf dieser Welt erzählt wurden. unter anderem natürlich auch Filme. Das heißt, das hier ist der Ursprung von Voglers Storytelling. Der Mann, der mich damals, als ich beim Film war, dahin bewegt hat, Filme zu analysieren und zu verstehen, dass all das nach einem Muster passiert. Und es gibt quasi nicht nur ein Muster für Filme, sondern scheinbar ein Muster, das schon so alt ist, dass die Menschen früher dieses Muster kannten. Denn sie haben es überliefert auf ihrer eigenen Sprache. Denn auch sie waren Geschichtenerzähler auf ihre eigene Art und Weise. Und auch ich darf heute Geschichtenerzähler sein. Und vielleicht bist du bald ein Geschichtenerzähler. Vielleicht bist du auch heute schon ein Geschichtenerzähler. Eigentlich sind wir immer Geschichtenerzähler. Nur manchmal trauen wir uns nicht oder manchmal denken wir, ich habe doch gar keine Geschichte zu erzählen. Was soll ich denn erzählen? Ich habe ja gar nichts erlebt. Andere Menschen haben viel mehr erlebt als ich. Was soll ich denn erzählen? Und genau deshalb möchte ich dich einladen, auf deine eigene Heldenreise zu gehen. Und Dinge zu entdecken, die die ich einfach nicht in Worte fassen kann. Weil sich das nicht erzählen und erklären lässt, sondern nur fühlen. Und auch das habe ich damals im Schauspiel verstanden. Gefühle kann man nicht denken. Gefühle kann man nur fühlen. So simple. Aber nicht einfach. Und manchmal verbunden mit Schmerz. Weil Schmerz auch etwas Wunderschönes hat. Auch Schmerz hat eine sehr reinigende Seite, eine sehr heilende Seite. Und wir brauchen gar keine Angst davor zu haben. Weil wir in einer bipolaren Welt leben. Und das bedeutet, es gibt immer oben und unten, schwarz und weiß, hell und dunkel. Alles hat zwei Seiten. Und vielleicht stehst du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo du denkst, aber was verdammt nochmal ist der Sinn hinter dem, was ich gerade tue? Ich sehe einfach keinen Sinn. in meinem Leben passiert, die hätten nicht passieren müssen. Da hätte ich richtig gut drauf verzichten können. Mit Sicherheit. Ich hatte auch all diese Dinge, wo ich gesagt habe, hey, gut, danke dafür, dass ich das erleben durfte, aber würde ich jetzt auch nicht jedem wünschen. Ich glaube, so geht es uns allen. Und ich weiß, es ist eigentlich ganz unabhängig von all dem, was ich dir sage. Denn ich habe eine ganz andere Heldenreise hinter mir und vor mir als du. Denn es ist gar nicht eine Heldenreise. Hier steht ja gar nicht eine Reise. Und wenn ich es lese, dann verstehe ich mich oder die Welt. Sondern ich darf das machen. Ich muss das machen. Und es ist nicht nur mit diesem Buch so. Das ist mit allen Dingen, die wir in irgendeiner Form konsumieren so, dass wir es selber auf eigenem Wege, auf eigene Art und Weise erfahren dürfen. Heißt, fühlen dürfen. Mit diesem Geschenk, was wir hier haben, mit dem hier. Das ist ja, das ist ja ein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist etwas, das ist wie so ein Raumschiff, was uns hierher katapultiert hat und mit dem wir einfach eine geile Reise hier leben dürfen. Und was ist eigentlich die Heldenreise? Was erwartet dich auf dieser Heldenreise? Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, rück doch aus mit der Sprache. Was ist denn jetzt? Was muss ich jetzt machen? Und dieses, was muss ich jetzt machen, um, ist der erste Punkt, an dem ich dir sagen möchte, es geht nicht darum, dass du dir denkst, ich muss jetzt das hier machen, dieses Programm hier und dann habe ich das hier, was ich mir wünsche. Weil darum geht es nicht. Genau hier an diesem Punkt ist es unfassbar wichtig, dass du verstehst, dass es Sinn macht, dass du gerade hier bist. Es macht unwahrscheinlich viel Sinn für dich. Nicht für mich, nur für dich. Irgendetwas in deinem Leben hat dich gerade genau hierher gebracht gemacht und es war nicht ich, sondern du, aus einer Entscheidung heraus. Weil du einen Ruf gehört hast. Du hast etwas gehört, in dir, was dich jetzt gerade genau hier vor diesem Bildschirm gebracht hat. Dich hat weder irgendjemand gezwungen, noch du bist hier, weil es einen Sinn für dich macht. Und du wirst für dich eine Erkenntnis gewinnen dürfen und etwas für dich lernen dürfen, was du nur für dich erfahren kannst. Und ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich gerne machen möchte, was für mich ein Riesengeschenk darstellt, wofür ich dir unfassbar dankbar bin, ist, dass du das Vertrauen hast zu mir, der Mensch jetzt gerade in deinem Leben zu sein, der dich dabei begleiten darf. Das ist nicht selbstverständlich für mich. und dafür möchte ich Danke sagen. Und du auf dieser Reise wirst wunderschöne Dinge erleben und manchmal sogar oft, bei mir war es immer, habe ich Dinge erst verstanden, nachdem ich sie gemacht habe. Während ich Dinge gemacht habe, haben die oft für mich gar keinen Sinn ergeben. Ich wusste manchmal gar nicht, warum mache ich jetzt das, was ich mache. aber in mir, und da habe ich auch ein Video zu aufgenommen, wenn dich das interessiert, dann schaust dir sehr, sehr gerne an, da habe ich über meine Reise, über meine eigene Heldenreise gesprochen. Und oft habe ich oft habe ich in mir Ruf verspürt, richtig oft und ich hatte keinen Plan, warum ich das mache. Ich hatte keinen Plan und ich wusste überhaupt nicht, wo es herkommt, weil ich habe zwar nach Zusammenhängen gesucht, aber irgendwann habe ich danach aufgegeben, weil ich dachte, es fühlt sich zu einem Milliarde Prozent gerade richtig an. Ich weiß nicht, warum, aber in mir ist so dieses, wenn du es nicht tust, dann fühlt sich das gar nicht gut an und das wusste ich und deswegen habe ich dann gemacht. Ich habe quasi brav meiner inneren Weisheit gegenüber genickt und habe gesagt, okay, du wirst schon wissen, was du da tust. Wir machen das mal. Und das war ein großes Geschenk, was ich mir selber gemacht habe, denn ich habe früh dieser Stimme darin vertraut, aber der positiven Stimme, die mich an die Hand genommen hat und nicht der Quatschkopf Stimme, der Du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, warum machst du das, was bringt das überhaupt, die ist auch immer da, die ist auch heute noch immer da, die wird auch wahrscheinlich immer da sein und es geht auch gar nicht darum, dass ich sage, hey, du bist schlecht oder verkehrt oder ich will dich nicht mehr oder sonst irgendwas, desto mehr ich mit mir in einer Freundschaft bin und mit meiner inneren Stimme verbunden, in einer so innigen Connection, dass wir ohne einander gar nicht existieren würden und ich weiß ja, dass wir ohne einander gar nicht existieren würden, das heißt, solange ich hier existiere, weiß ich, die ist genau da, wo ich auch bin, die ist bei mir und zwar immer und das ist ein ziemlich schönes Gefühl und die Quatschkopfstimme, die kommt und geht, das ist so eine, ich weiß auch jetzt gerade etwas besser als du Stimme und was passiert mit Menschen, die meinen, dass sie etwas besser wissen? Also meistens ist es so, dass diese Leute gerne etwas sagen und äußern möchten und darauf werden wir in diesem Programm nochmal in der Tiefe eingehen und die darf gehört werden, aber die Stimme, die letztendlich entscheidet, das ist die helle Stimme, denn die ist viel, viel lauter, wenn du sie mal wirklich rufen lässt, aber die hat dich auch hierher gebracht, nicht die andere Stimme, das heißt, das hier ist der erste Beweis für dich, dass du diese Stimme hast und damit will ich dich herzlich willkommen heißen auf deiner eigenen Heldenreise und du darfst jetzt an diesem Punkt unfassbar stolz auf dich sein, denn das ist ein Riesenschritt, den du jetzt gerade gegangen bist, ein Riesenschritt, der wunderschön ist und diese Heldenreise möchte ich dir einfach mal aus meiner eigenen Darstellung sagen, wie ich sie aufgebaut habe, aber das heißt nicht, dass das das Grundkonzept von deiner Heldenreise sein wird, denn du gehst mit mir auf diese Reise, denn dazu hast du die bewusste Entscheidung getroffen, aber du machst deine eigene Heldenreise und du kannst alle Steps verändern, immer wieder machen, denn es ist nicht eine Reise, Gott sei Dank, es werden so viele folgen und das ist das Wunder in diesem Leben, denn solange wir existieren, können wir uns sicher sein, dass immer wieder eine neue Höhle entsteht, wo wir reingehen dürfen, um Licht zu machen und da sind wir nämlich auch schon bei dem Konzept der Heldenreise, denn dieses Konzept, was sich eben anlehnt an all die alten Mythen, Sagen, Religionen, Schriften, das ist auch ein Teil unseres Konzeptes, aber auf eine neue Art und Weise, so wie ich sie erfahren durfte und deshalb werde ich dir das so mit auf deinen Weg geben, wie eine Art kleine Landkarte, wie so ein kleiner Kompass, wo du gucken kannst, okay, wo stehe ich gerade, wo kann ich mich gerade einordnen und aktuell bist du nach deiner Pre-Journey an dem Punkt, dass du sagst, wow, okay, es gab diesen Ruf und deswegen bin ich hier und scheinbar macht es einen Sinn, dass ich hier bin, das heißt, ich darf auch Danke sagen zu mir selbst, dass ich den ersten Step schon mal gegangen bin, genauso wie jeder Held in jeder Geschichte und weißt du was, auch du hast schon so viele Heldenreisen hinter dir und den ersten Step, den durftest du schon lange, lange nehmen, denn jeder von uns ist schon bereits ein Held, wir wissen es oft nur gar nicht, denn der Moment, als du hier auf diese Erde kamst, der Moment deiner Geburt, als du durch diesen engen Geburtskanal gepresst wurdest, das war schmerzhaft, nicht nur für dich, sondern wahrscheinlich auch für deine Mutter und ihr seid gemeinsam in diesen Moment hineingegangen, in Verbundenheit, alleine das hat dir gezeigt, du bist niemals allein, auch in schmerzhaften Momenten und auch nicht, wenn du in deine nächste Höhle reingehst, du bist nie alleine und du hast schon einiges in deinem Leben bewältigt, du bist schon ein Held oder eine Heldin, jetzt, und für immer und all das, was jetzt kommen wird, in dem Moment, wo du dir ein Versprechen gibst, wo du sagst, mit meinem Fingerabdruck, den ich hier tragen darf, mit dieser Individualität hier auf dieser Erde, das ist das Einzige, was dich quasi jetzt gerade natürlich noch viele andere Sachen unterscheidet von so vielen anderen Menschen, das ist deine Personal ID, das ist so das, wie so ein kleiner Scan, um zu sagen, hey, hier bin ich, und nur das Versprechen kannst du dir und deinem Herzen geben, indem du sagst, let's go, jetzt gehe ich los, nächste Runde, und dann kommt die erste Schwelle und in dem Moment durch deiner Entscheidung, diesem Ruf zu folgen, durch deine Entscheidung, zu gucken, was in dieser Ungewissheit auf dich wartet, hast du schon einen enormen Durchbruch gemacht, enormen Durchbruch denn jetzt geht's richtig los und da geht's um deinen Mut, da geht's darum, dass du Mut aufbaust, dass du schaust, wie schaffe ich es, mich so zu stärken, dass ich diesen Berg erklimmen kann, da wartet nämlich ein Berg auf dich, du bist gerade auf deiner Reise und du möchtest gerne diesen Gipfel auch besteigen, was brauchst du dafür alles, unter anderem Mut, vielleicht hast du Höhenangst, ich weiß es nicht, ich hatte richtig Höhenangst früher, aber hallo, ich stand in New York, dem Empire State Building, und da war diese Glasscheibe und unter der Glasscheibe war nichts und dann habe ich mich auf diese Glasscheibe gesetzt und habe da runtergeguckt und das war echt hart für mich und all die anderen Ängste und all das, was dort auf dich wartet, zu besiegen in einem positiven Sinne, nicht indem du kämpfst, weil du jemanden oder etwas bekämpfen möchtest, sondern weil du voller Liebe anerkennst, dass da etwas ist, was dir die Möglichkeit für Wachstum bietet und durch diesen Mut erfährst du etwas, was mit deinem Ego zu tun hat und was Ego eigentlich ist und bedeutet, um dann in deinen wahren Selbstwert zu kommen, um dann wirklich dich zu verstehen, inwiefern du es wert bist, mit deiner Existenz hier zu sein und du schaust in diese Höhle rein, du schaust da rein, konfrontierst dich selbst mit dieser Tiefe, mit deinen Wurzeln, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Kindheit, mit all dem, was in deinem Rucksack ist, bis hierher schon, was dir vielleicht diesen Anstieg wirklich erschwert hat und das Ding lässt du los, du lässt diesen schweren Rucksack in dieser Höhle, du verstehst Dinge, die haben dich vielleicht lange begleiten dürfen, und triffst Entscheidungen für dein Leben, wichtige Entscheidungen aus eigener Kraft und du erhältst etwas und zwar ein Elixier und dieses Elixier kannst du jederzeit zu dir nehmen, das ist wie so ein Zaubertrank, was auch immer ist, wenn du dich schwach fühlst, an einem Punkt in deinem Leben, wo du vielleicht in alte Muster zurückverfällst oder wo du dir nicht vertraust, wo du Einsamkeit verspürst, wo du Ängste hast, wo du denkst, ich kann nicht mehr, hast du automatisch einen Powertrank dabei, wo du weißt, das ist ein gesundes Red Bull und das ist ziemlich nachhaltig und ich kann jederzeit an dieser Flasche nippen, die ist immer da, ab jetzt ist die immer da, keine Sorgen mehr, dass du nochmal in diese Muster zurückverfällst, brauchst du die nicht machen, wenn du die Entscheidung triffst, an dieser Flasche zu trinken, von diesem Trank, der da drin ist, dann hast du magische Kräfte und du gehst über die nächste Schwelle wieder zurück in diese Welt, aus der du gekommen bist. Der Moment, wo du losgehst, befindest du dich an einem Punkt in deinem Leben und du löst dich davon und du gehst in eine Welt, die ist ungewohnt. Da wartet etwas Ungewohntes, etwas, was du nicht hättest planen können. Du erklimmst einen Gipfel in der tiefsten Höhle, wo du wunderschöne helle Erkenntnisse findest. Du machst über Licht und durch diesen Trank kommst du wieder zurück dann auch in deine gewohnte Welt, weil das ist so wichtig, dass du an diesem Punkt wieder ankommst, an dem du losgegangen bist. Aber nicht als der, der gestartet ist, sondern als wer komplett anderes, aber trotzdem du selbst. Klingt komisch, oder? Ich weiß. Geht auch gar nicht darum, dass du es jetzt verstehst. wenn du dieses Programm gemacht hast, was für mich in meinen Augen kein Programm darstellt und auch nicht wirklich eine das ist so viel mehr und du gibst dem Ganzen deine eigene Bedeutung. Für mich ist es alles. Und das heißt nicht, dass du wenn du mal das Gefühl haben solltest mache ich das gerade richtig bin ich da jetzt bin ich da jetzt richtig ist das jetzt die Erkenntnis ist das jetzt die Höhle ist das die Angst Ja all das ist genau richtig genauso wie es ist und es gibt kein richtig und kein falsch das ist deine Heldenreise genau so wie du sie beschreitest und sie ist perfekt in ihrer Zusammensetzung und in ihrer Art mach dir keine Sorgen du bist genauso weit wie alle anderen auf deiner eigenen Reise und es gibt kein so fühlt sich das an sondern das gibt es nur für dich und wenn du es annimmst und sagst ja dann bist du auf deiner richtigen Reise und kommst dann in deiner Welt wieder an die du aber mit neuen Augen betrachten wirst und dann die